Für das Implantieren verwenden wir ein Micro-Cone-Implantat der Firma Medentica mit dem Durchmesser 4,5 und einer Länge von 13 mm. Das Implantat wird im dritten Quadrant Regio 3-6 gesetzt. Für die Implantatbettaufbereitung kommt die Micro-Cone-Chirurgie-Kassette zum Einsatz. An der Implantationsstelle erfolgt eine Markierungsbohrung mit einem Rosenbohrer-Durchmesser 1,8 mm. Für die weitere Aufbereitung des Knochenlagers werden für alle weiteren Bohrfolgen Bohrstopphülsen verwendet. Der Micro-Cone-Bohrstopp sorgt für eine präzise Kontrolle der Bohrtiefe während der Implantatbettpräparation. Eine Kombinationstabelle für Bohrer und Bohrstopp aus dem Chirurgiehandbuch dient als Hilfestellung. Die Ziffer der Bohrstopphülse ergibt sich aus der Länge und dem Durchmesser des verwendeten Implantates bzw. des verwendeten Bohrers und kann parallel anschließend aus dem Bohrstopp-Tray entnommen werden. Hier werden kurze Bohrer verwendet. Die Startbohrung erfolgt mit dem Pilotbohrer 2,0 mm. Die sagittale Richtung der Implantatachse muss beachtet werden. Eine maximale Drehzahl von 800 Umdrehungen pro Minute sollte nicht überschritten werden. Dies gilt für alle weiteren Bohrungen. Für die erste Tiefenbohrung verwenden wir einen Standardbohrer 3,0 mm. Als nächste Tiefenbohrung kommt der Standardbohrer 3,5 mm zum Einsatz. Die abschließende Tiefenbohrung würde im Normalfall mit einem Standardbohrer 4,0 mm stattfinden. In unserem Fall liegt eine extrem kompakte Corticalis vor, daher verwenden wir den Corticalisbohrer 4,3 mm. Der Corticalisbohrer ist zusätzlich mit einem roten Farbring gekennzeichnet. Das Implantat wird in einem sterilen Blister mit Umverpackung geliefert. Der sterile Blister wird aus dem Peelbeutel entnommen. Das zweifach abziehbare Siegeletikett wird bis zum Implantat abgezogen. Das Eindrehinstrument wird bis zum Anschlag in die Implantatanschlussgeometrie eingeführt. Das Eindrehinstrument wird im Uhrzeigersinn gedreht, bis der Vierkant in den korrespondierenden Vierkant des Implantates rutscht. Das auf dem Eindrehinstrument gesicherte Implantat wird aus dem Titanröhrchen entnommen. Alternativ zum maschinellen Einbringen des Implantates ist eine mechanische manuelle Insertion möglich. Mit dem Handschaft-Eindrehinstrument für die Direktentnahme des Implantates kann das Implantat von Hand oder mit Hilfe einer Drehmomentratsche eingedreht werden. Zur Entpositionierung des Implantates sollte auf jeden Fall die Drehmomentratsche verwendet werden, um sicherzustellen, dass das Drehmoment von 35 Nm nicht überschritten wird. Für das maschinelle Eindrehen des Implantates mit dem Winkelstück wird ein ISO-Schaft-Eindrehinstrument für die Direktentnahme des Implantates verwendet. Eine maximale Drehzahl von 50 Umdrehungen pro Minute und ein Drehmoment von 35 Nm sollte nicht überschritten werden. Nach Erreichen der Endposition des Implantates wird das Eindrehinstrument vorsichtig herausgezogen. Ist das Implantat für eine gedeckte Einheilung vorgesehen, muss nach Entfernung des Eindrehinstrumentes die Verschlussschraube montiert werden. Mit dem Eindrehinstrument HEX 1,26 mm wird die Verschlussschraube aus dem sterilen Blister aufgenommen. Die Verschlussschraube wird handwarm auf dem Implantat verschraubt. Ist das Implantat für eine transgingivale Einheilung vorgesehen, muss nach Entfernung des Eindrehinstrumentes ein Gingivaformer entsprechend der Dicke des Weichgewebes montiert werden. Der Gingivaformer wird wie die Verschlussschraube direkt aus dem sterilen Blister entnommen. Der Durchmesser des Gingivaformers muss den prothetischen Anforderungen entsprechend gewählt werden. Nach der Einheilphase wird das Implantat prothetisch versorgt. Entsprechend der gedeckten oder der transgingivalen Einheilung wird die Verschlussschraube oder der Gingivaformer entfernt. Das Implantat Innere wird mit einem Luftwasserspray gereinigt und getrocknet. Anschließend wird das Abattment mit dem geeigneten Eindrehwerkzeug und einer Drehmomentratsche montiert. Das Implantat wird das Abattment mit dem geeigneten Eindrehwerkzeug und einer Drehmomentratsche montiert.